Hallo und willkommen bei Assassin's Creed Mirage, mit unserem guten Basim natürlich. So, heute kümmern wir uns darum, wie man einen Daemon fängt. Ja, es tut mir leid. Ja, wir müssen im Hafen von Ash-Shariyaka nach Informationen zu Admiral Nadir suchen. Jo, das machen wir doch mal. Aber ohne diese Wachen. Wir machen es auf die altmodische Art. Einmal, zweimal. Oh. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich schaffte. Aber so geht es natürlich auch. So haben wir wenigstens jetzt freie Bahn. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Ich bin schaffte. Haben wir! Eine detaillierte Zeichnung eines seltsam anmutenden Schiffes. Ein Schiffsmodell. Das Gesicht ist das letzte, was du jemals sehen wirst. Das schon eher. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Dann würde ich mal sagen, verlassen wir den Hafen. Jetzt müssen wir zu Admiral Nadirs Lager. Vorher machen wir nochmal unseren Bekanntheitskreis etwas geringer. Die Artefakte von unserem guten Kumpel Darwish haben wir dann auch. Eines mehr. Ach, okay. Ich kann nicht näher. Mit einem Schnellreisepunkt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann laufen wir einfach außen rum. Eben noch schnell das Plakat weg. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Nach wem sagst du das? Die Vorführung war groß, mein Freund. Aber ich hab's nicht getan. Jawohl, ich geh ja schon weg. Ich geh doch schon. Das ist mein guter Freund. Das würde ja bedeuten, dass uns das Kabel immer folgt, wenn es so schnell da ist. So, da haben wir das südliche Lager. Wir gehen mal ganz einfach vorne gucken. Okay. Tja, ich bin jetzt hier. Gibt's hier auch etwas, wo man durch kann? Jawohl. Es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. Was war das? Was ist denn jetzt mit unserem Vogel passiert? Aha. Okay. Ich war doch voll inkognito. Ich war doch voll inkognito. Na, du auch? Ich war doch nicht. Ich war doch nichts. Ich war doch auch nicht. Hey, weißt du nicht, Kindle? Du wärst klein! Du wirst nicht mehr weg. Dafür musst du mich erst mal wieder finden. Komm mal her, mein Freund. Ich hab hier etwas für dich. Kalten Stahl. Was? Was? Oh, da ist ja die Truhe. Das Schwert der Verborgene. So, du hast meinen Vogel so getragen. So, jetzt kann sich der Vogel auch gut umschauen. So, du hast den Vogel. Na? Na? Jawohl. Ja, ich hab den Tod gekostet. Und jetzt? Äh, ich meine, du hast den Tod gekostet. So, du hast den Tod gekostet. So, du hast den Tod gekostet. So, anvisieren. Anvisieren. Kriege ich stehen? Leider nein. Beginnen. Komm mal her. Ist der irgendwas? Ja, ich bin das. So, jetzt muss ich den Guten rauslocken. Rauchlocken. Aber wie? Dann komm du mal wieder her. Ja. Nicht zum größten. Ich bin nicht. Oh, das war knapp. Dann beginn wir mal. Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Gut zu wissen. So. Da sind jetzt noch zwei. Der Admiral ist ein kostbares Modell. Wichtiger als seine Männer. Und so. Hä? Wer? Niemand. Nur ich. Ich. Ich verbrenne das jetzt sofort. Oh. Oh. Da sind wir jetzt locker drüber weg. Ich glaube, es hätte gereicht, wenn ich da ein Wurfmesser hingemacht hätte. So. Wenn ihr euch fragen solltet, warum jetzt hier etwas heller oder dunkler ist. Ich bin ja leider gestorben und musste dann das ganze Lager wieder leer räumen, um jetzt zu diesem Punkt zurück zu kommen. Und jetzt ist der gute Mann rausgelockt. Und jetzt ist der gute Mann rausgelockt. Und ich könnte es entschuldigen. Niemand, der die Hand gegen mich erhebt, darf entkommen. Ich habe nicht 100 Zehschwarten überlegt und mich beleidigen. Ein Brief von Elmar Dichwa über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Einer wäre erledigt. Nun zu Aroch. Naja. Naja. Erst ist mir schon noch die Tür. Wiederholen. So, das Schwert der Verborgen, das ist schon mal gut, dass wir das wieder haben. Kommen wir da hoch, jawohl, gut. Ich bin schon voll dagegen gelaufen. So, das wäre doch mal was. Und da auch noch Leute. Ne, keine mehr zum Schlachten. So, Fertigkeiten hätten wir was. Was können wir denn hier nehmen? Zusätzliche Hilfsmittelerweiterung 2. Du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten, indem du die Bahn und Musa in einem Bruderschaftshaus der Verborgenen aussuchst. Sobald du es erworben hast, kann es jedoch nicht mehr zurückgesetzt werden. Ah, okay. Ja, machen wir doch einfach mal, ne? So, die Nachforschung hätten wir. Genau, jetzt haben wir diesen Al-Aishma abgeschlossen und jetzt müssen wir nämlich Arug. Das Schwert der Verborgenen. Meisterattentäter setzen Gift unterschiedslos ein. Jeder fünfte Treffer vergiftet den Gegner, was schon mal ganz okay ist. Sieht recht schlicht aus, aber... Schaden 35, Verteidigung 60. Aber wir behalten das Blitzschwert. Ja, da kommen wir später zu. 890 Metern. Das ist zu schaffen. Ja, aber ich... Was? Wer hat das gesagt? Du? Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, bis dahin können wir doch wunderbar... Okay, zu diesem Aussichtspunkt nicht. Aber zum Bruderschaftshaus, damit wir dann eine Gegenstand erweitern können. Und zwar bei dir konnte ich das doch... Schön, dich zu sehen. Was gibt's Neues aus eurer Werkstatt? Sei mein Gast. So, wollen wir die Rauchbombe? Die Falle? Oder den Lärmer? Ich würde gern die Falle nehmen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sonst noch was? Kannst du das verbessern? Das ist mein Angebot. Kann ich verbessern? Oh nein, da fehlen mir die Sachen zu. Genug gesehen? Ja, erstmal schon. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Auf bald! Jemand sollte etwas unter dir überlassen. Mh, schöner Router auch. So, dann nehmen wir die mal wieder mit. Aber ist schon witzig. Aber wir bleiben erstmal bei den Wurfmessern. Ja, statt Waches erstmal weg. Ich wollte noch eben schnell hier das Bild wegmachen. Genau. Schöne Aussicht genießen, um dann zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen kann, wenn wir uns dann dem Parastrategen Jasur widmen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020